Hallo Leute und Willkommen zurück ich bin's mit mir Jan und ja es geht weiter mit Assassin's Creed 3 genau nicht mit Raging Blast 2 sondern mit Assassin's Creed 3 diesmal habe ich es auch richtig gesagt und ja dann würde ich einfach mal sagen direkt das Spiel fortsetzen ja wir müssen jetzt immer wieder zum hier zum Ufer da irgendwie zum Hafen oder so und ja wenn das mal wieder gescheitert wurde entdeckt und dann ist irgendwie mein Verbündeter gestorben und ich habe jetzt gerade die Lust hier zu töten deswegen mache ich das jetzt einfach und ja diesmal werden wir es einfach direkt nicht mal versuchen unentdeckt zu bleiben weil das ist mir jetzt irgendwie zu nervig weil ich weiß dass ich es eh wieder nicht hinbekommen werde deswegen ja und dann ja gucken wir mal was wir da machen müssen ne so zack einfach einfach alle auf dem Weg mitnehmen jetzt ist mir so ein bisschen Yolo Mode hier ne einfach jetzt alle mitnehmen und du bist zack schön und weiter schon sind sie weg und kein Jupps mehr auch gut so ja wir wollen uns nicht verstecken kommen einfach mit wir machen das jetzt eben schnull wir machen das eben schnull einfach rennen und zack den haben wir jetzt sogar noch unentdeckt gemacht im Prinzip können wir es jetzt versuchen unentdeckt zu machen einfach komm wir gehen jetzt auch immer weiter vielleicht schaffen wir es jetzt unentdeckt zu bleiben dass wir irgendwie lol aber wahrscheinlich wie die Portfolio oder so uns entdecken gucken wir mal gucken wir mal ob wir es hinbekommen obwohl den können wir es vielleicht abnehmen aber wenn wir uns jetzt beeilen das können wir sogar echt jetzt unentdeckt schaffen das wäre irgendwie lustig ne die haben uns noch entdeckt oder haben sie uns noch entdeckt nein wir haben es gleich geschafft boah sind wir gut ja jetzt müssen wir mal auch unentdeckt bleiben jetzt wird schwer egal mal gucken ob wir es hinbekommen obwohl den können wir es vielleicht abnehmen sogar wir probieren es aber dafür sind die viel zu wenig hier ist ja Sperrgebiet äh ich weiß nicht ob das bei der Wache jetzt so schlau ist es hier ist halt wirklich Sperrgebiet und deswegen dürfen die mich glaube ich gar nicht sehen das ist jetzt leicht problematisch gucken wir mal sonst machen wir es halt nicht auf die sneaky Art wenn es nicht anders geht boah ich bin hier nicht keine Angst alles gut alles gut alles gut so mal schnell langsam wieder runter klettern und dann ja gehen wir mal aufs Dach gucken ob wir den das irgendwie unbemerkt abnehmen können also wenn wir von hinten kommen ne ne du hast mich nicht gesehen alles gut alles gut alles gut alles gut du siehst mich auch nicht okay er sieht mich doch und ich wollte gar nicht auf den gehen sondern auf den oben egal unbemerkt äh den das abnehmen klappt glaube ich nicht ganz ja gut dann machen wir jetzt erstmal Massaker Aua ja jetzt kommt hier erstmal Massaker schön eigentlich nicht gut dann gehen wir jetzt mal schnell hoch und ja komm geh hoch jetzt kann ich da nicht hoch wollte ich mich verarschen ja ja Aua okay er ist von Mutterfallen gestorben gut dann plündern wir ihn mal bekommen den Schlüssel und ja das unentdeckt bleiben hat fast geklappt fast naja geht so egal plündern Video auch nochmal kriegen wir vielleicht noch irgendwie was Schönes zumindest ein bisschen Geld das alles nix und ja gut dann machen wir halt weiter ja wir sind fast so unentdeckt geblieben fast und ja dann kommen wir rein was hätten wir dann warum musst du denn immer alles so schwer machen Benjamin gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen ich zahle nicht für Schutz den ich nicht brauche aber du brauchst eindeutig unseren Schutz sonst wären wir nicht hier das ist ekelhaft also was machen wir mit unserem Gast vielleicht die Hände ab dann wär's essig mit der Chirurgie oder seine Zunge dann ist Schluss mit dir gebrabbeln oder ich schnallt ihm den Schwanz ab piste uns nicht mehr ans Bein drei Möglichkeiten ich kann mich nicht entscheiden mach halt alles einen Moment Silas vielleicht hab ich eben etwas hast dich abgelehnt es tut mir so leid Benjamin aber diese Tür ist jetzt zu sei vernünftig Silas oh ich glaube das war ich aber du hast meine große nicht ausgenutzt ich lass mich nicht noch mal zum Narren halten ich fürchte mein Magen verkraftet es nicht so eine Barbarei zu sehen gib Bescheid wenn es vorbei ist Kater das bereist du Silas hörst du das kostet deinen Kopf nein das glaube ich wirklich nicht Aua hat den gerade in die Nase so ein bisschen gestochen ach keine Ahnung wir müssen hier nicht mehr wir müssen hier nicht mehr unten entdeckt bleiben also zack haben wir ihn und die anderen beiden holen uns jetzt auch eben zack und zack zack gut das war es mit den dreien und dann helfen wir ihm mal wer seid ihr wer seid ihr wer du Cameray aber ich verstehe nicht warum seid ihr hier jetzt gehen wir ein Stück Mr. Church ich werde alles erklären ok ähm wie viel haben wir geschafft 175 ne 150 ok und da sollen wir mal komm wir machen jetzt einfach mal den Schlecker irgendwie hab ich gerade Lust drauf was haha 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 ja was was hä warte was hast du was gesehen sag schon hör auf damit ja ok ich geh ich geh keine sorge hm 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 was ist das hä das ist WCR haha das ist so ähnlich wie ich schon mal was bei Bloodlines hatte ey das wisst ihr die laufen in der Patrouille ich zieh einen raus stech ihn ab und die laufen einfach weiter und die jucken die die juckt es einfach nicht auf einmal merken die es gehen zurück gucken sich ihn an und schubs mich einfach weg und gut ist das hätte halt sowas ähnliches bei Bloodlines da war das ähm ich hab ein da waren also das musste ich auch für eine Mission musste ich da 2 töten die standen halt wirklich voreinander die standen halt wirklich so und so haben sie da so geredet also wenn hier jetzt vorne ist bei denen so halt haben sie so schräg zueinander gestanden und geredet ich komm von vorne stech einen ab der andere einfach so hm hab ich nicht grad noch mit jemandem geredet egal und geht einfach weg war auch irgendwie geil aber ja wieso nicht ne gut und dann würde ich mal sagen gestatten wir direkt die nächste Mission bis zur Zeit haben wir noch ja ich brauchte jetzt eigentlich nicht auf das Pferd aber danke und ja dann Tür öffnen Johnson erzählte von eurem Plan wie es scheint ist der Mann der mich entführt hat derselbe den ihr sucht sein Name ist was ist unser Sklavenhändler vertraut nicht seiner Silberzunge eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen er hat mindestens 100 Männer über die Hälfte sind Rotröcke nur für ein paar Sklaven Grä Star ha 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 kaum der Mann ist Kommandant der Königlichen Truppen und er leitet das Southgate von dann müssen wir dort hin Nein. Hm, lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Ecken. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt noch zu John Pitcairn oder irgendwie so. Und ja, das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Und ja, ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich wie immer bündeln, wer zu freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und ich sage es wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.